So Kinder, ihr habt wieder sieben Tage darauf gewartet. Es ist wieder soweit. Es ist Fragmich Freitag. Ja, heute ist Donnerstag, aber heute fangen die Fragen an. Und dann ist Fragmich Freitag der Einzige. Nein, die Dresdner Tattoo Convention mache ich leider dieses Jahr nicht mit. Ich bin allerdings in Leipzig. Für alle, die wissen wollen, wann ich wo bin, auf seppfuryone.com gibt es unter Tourdaten auch meine Guest-Spots-Conventions und so weiter. Ja klar, auf jeden Fall. Also stilmäßig tobe ich mich gerne an fast allem aus. Deswegen, auch wenn du Bock hast, dich von mir tätowieren zu lassen, schick mir einfach deine Ideen an meine E-Mail-Adresse sepp-jena.de und dann checken wir das. Skigefahren bin ich das letzte Mal in der 8. Klasse. Ich glaube, dass das die 8. war. Ich weiß nicht, wie das auf der Hauptschule heißt. Aber ja, Snowboard. Ich habe ein Snowboard. Ich muss wieder Snowboard fahren. Ich war nämlich bis jetzt nur einmal Schande über mich. Boah, da habe ich letztens erst drüber nachgedacht. Ich würde gerne mein Schlafzimmer ins Planetarium Jena verlegen. Ich hätte gerne das Gonfana-Land in Leipzig als meinen persönlichen Garten. All so eine geile Scheiße halt würde ich machen. Da hätte ich Bock drauf. So, I'm Legend-Style. Ja, Kinder, jetzt wird es natürlich langsam lächerlich, was ich hier euch erzähle. Aber ich habe momentan einfach keine Zeit. Ich versuche gerade die Klamotten-Geschichte ein bisschen weiter auszubauen. Ich habe ein paar neue geile Ideen dafür. Das Design für den Aufnäher ist allerdings schon fertig. Und eigentlich muss ich es nur noch machen. Also, ich habe meine Desert Eagle Punkt 5 am allerliebsten rechts, da ich so relativ schnell auf Situationen reagieren kann und die Waffe direkt am Mann ist. Ich denke mir, dass du das gemeint hast. Ja, hat mich mega angekotzt. Musste ich mir aber bei Amazon Prime kaufen tatsächlich, weil ich es nirgendwo sonst gefunden habe. Gibt es bestimmt auch irgendwo illegal, habe ich das jetzt gesagt. Aber das war es mir wert, weil mega geile Serie und ich hoffe, die dritte Staffel kommt. Also, ich hoffe ja sehr, dass das keine ernst gemeinte Frage ist. Es ist natürlich völlig klar, dass man, während man stillt, sich nicht tätowieren lassen sollte. Wie das jetzt biologisch zusammenhängt, kann ich dir nicht sagen, da ich kein medizinisch ausgebildetes Fachpersonal bin. Aber stillen und tätowieren gar nicht. Ja, danke für die Anfrage, aber Mandalas sind ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Da habe ich aber jemanden für und zwar den Daniel, der das gerne macht. Und das kann ich dir anbieten, aber ich selber, Mandala, nicht so meins. Ja, das hoffe ich doch, dass Christian mal wiederkommt. Irgendwann vielleicht mal so ein, zwei Tage, weil er letztes Jahr auch kurz da. Ich markiere ihn mal. Christian, ha, Schatzi? Wie sieht das aus? Also, eins könnte ich nicht, aber ich habe von meiner Freundin eine Andenkenkiste, die ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Und das Stofftier von meiner Schwester, was sie von mir, bei mir gelassen hat, was wir getauscht haben. Das würde ich mitnehmen, der Rest ist mir scheißegal. Ich habe es leider schon mega mies gecovert, aber ich habe bei mir auf dem Oberschenkel so ein kleines Sternchen gemacht. So Tattoo-Zeug bestellt, hingekriegt. Ich wusste gar nicht, wie irgendwas geht und dann so ein kleines Sternchen so freehand gemacht. Es sah übelst scheiße aus, aber es ist noch da, man sieht es noch. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht. Du dummes Sau. Dings, so am liebsten, ja, so, Dings, wie heißt, aber wie heißt, ja, Buchstaben, Buchstabe oder Bild, wie sehe ich aus, ja, aber Buchstabe und Bild, ja. Einfach, du gehst hin und sagst, Mama, Papa, ihr habt euch schlecht um mich gekümmert und guckt, was aus mir geworden ist. Ich habe mich jetzt angefangen, tätowieren zu lassen. Ich habe jetzt angefangen, kriminell und asozial zu werden und das ist alles eure Schuld. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.